Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Es freut mich, dass wir heute eine ganz besondere Gäste hier haben, aus dem Mainfieldhof. Das freut mich ganz besonders. Sie sind hier bei einer weiteren Wahrbietung der Serie Do Trends Art. Diese Serie Do Trends Art habe ich im Juli voriges Jahr begonnen. Und Trends Art stellt die verbindende Grenzüberschreitung zwischen einzelnen Kunstgenres dar. Und das Ziel ist eine Vertiefung der Rezeption der Ästhetik. Das ist ganz was Neues, was Junges. Und da ist es ganz besonders, dass von Monat zu Monat diese Trends Art Performance überdacht wird, reflektiert wird. Und darüber hinaus braucht es ein Publikum, das auch hingeführt wird zu dieser neuen Kunstform. Und das freut mich besonders, dass Sie heute da sind und selber aktiv tätig sein können. Dominik Gruber ist Hornist. Er hat in Graz studiert, in Würzburg beim Wolfgang Gag. Und er ist zu Hause in verschiedenen Orchestern und beschäftigt sich mit den Visionen rund um die neue Musik. Er hat in Graz studiert, in Würzburg beim Wolfgang Gag. Er hat in Graz studiert, in Würzburg beim Wolfgang Gag. Er hat in Graz studiert, in Würzburg beim Wolfgang Gag. Das war's. 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 Das war's.